Was ist? Drei... Zwei... Eins... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minigames. Heute spielen wir hier Jump League oder was auch immer das hier sein soll. Und ich hoffe einfach, dass ich hier irgendwas richtig mache oder irgendwie richtig springe. Und man muss ja auch irgendwelche Kisten finden, ja da hinten ist zum Beispiel eine Kiste. Hebs, dann Hebs und Hebs und dann so. Jetzt sind die Sachen hier raus. Am Ende ist da irgendwie so ein Deathmatch. Kann das sein, Lukas? Jupp! Okay, ich glaube, wir haben das richtig erklärt. Wie komme ich denn da runter? Ich komme hier nicht weiter! Nein! Ach, hier sind Leitern. Weiter so Leitern. Komm! So, jetzt gehe ich hier hoch. Hier ist ne Ente, Leute! Ja, diese Enten, Alter. So, dann gehe ich hier rüber. Easy. Habe ich schon mal geschafft. Dann hier lang, hier lang. Hebs, hebs. Dann muss ich hier lang, hier lang. Okay. Dann hier so. Und dann... Oh! Das habe ich nicht geschafft. Dann so gut verliebt man dann seine Sachen nicht, wenn man runterfällt. Das wäre ja sonst richtig scheiße. Für dich vor, ihr fallt so einmal runter und habt so richtig krasse Ausrüstung. Dann sind einfach eure Sachen weg. Das wäre richtig doof. Wie komme ich jetzt hierher? Hey, wie muss ich das nicht machen? Ich komme da nicht weiter irgendwie. Hä? Ich muss hier irgendwie an die Leiter spielen und muss ich da um. Hä? Stopp. Hier kann ich nicht hoch. Da kann ich nicht hoch. Ich muss auf die... Nee, da muss man auch nicht. Oh! Oh, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, dieser Sprung. Ich habe den Sprung geschafft. So. Oh, hier ist ne Kiste. Nice. Ja. Goldwerk kann ich mir mitnehmen. So, gehe ich hier rüber. Da. Hier dran. Und mal Shift gedreht. Diese Jumps hier sind schon schwer. Dann gehen wir hier rüber. Party Block. Oh. Unlucky. Sehr schön. Nein, ich fall schon wieder runter. Oh Gott. Äh, die muss man an diesem... Ach, hier sind die Leiter. Oh. Das ist gut zu wissen. Ich komme hier nicht rüber. Doch, so. Und dann Hebs. Und dann Hebs und Hebs und Hebs. Dann hier rüber. Oh Gott, das ist so wieder so ein schwieriger Jump. Nein. Oh nein, ich habe Shift losgelassen. Ich bin so dumm. Sag nicht so zu. Ah. So. Komm. Hebs. Liste. Nein. Jetzt schaffe ich den Sprung nicht mehr. Nein, das hänge ich im Kopf fest. Ich schaffe einfach den Sprung nicht mehr. Komm schon. Ey. Jungs. Das ist doch peinlich gerade, was ich hier mache. Komm schon. Einmal will ich noch diesen Sprung schaffen. Bitte. Komm. Okay, jetzt muss ich hier hin. Warte ich gerne von hier drauf. Und dann hier. Von hier. Und dann. Was denkst du? Hä, das geht nicht. Ich muss doch nicht nach unten. Ich habe noch einmal geschafft. Ach, das habe ich schon mit den Sprung nicht mehr. Peinlich, peinlich, peinlich. Obwohl ich bin nicht mein letzter. Auch schön. Du bist relativ. Hä? Da bin ich doch läster. Distanz. Warte, ist das... Ich bin... Hä, ist das besser? Ist das besser, dass man oben steht und dass man unten steht? Ja, es ist viel besser, dass es die Distanz, die du zurückgelegt hast. So. In welchem Modul bist du? Drei. Ich bin nur zwei. Hä? Ich schaffe drei nicht, wenn ich da nicht auf die Leiter komme, Mann. Was ist das denn? Also ich muss mein Schwert in die Hand nehmen. Daran liegt es. Daran liegt es. Ich bin kurz vor drei. Nein, Jungs. Ich nehme es einfach so. Und dann... Hä, ich war dran. Ich war dran, aber ich komme nicht... Ach, was ist das denn? Ich war an der Leiter dran, ne? Aber ich komme einfach nicht hoch. Was ist das denn? Äh? Ich auch. Weil... Hä? Ja, ja. Ich war an der Leiter dran, aber ich komme nicht hoch. Oh, jetzt war ich schon wieder runter. Ey, was ist das denn nun? Das ist der schwerste Jump, wisst ihr? Bestimmt so im ganzen Game. Das ist einfach der schwerste Jump. Aber ich schaffe ihn einfach nicht. Nein. Ich hab... Ich hab wieder dran gegangen und bin da einfach irgendwie nicht hochgekommen. Boah, ich... Ich fahre immer so runter. Also ich wäre halt so... Keine Ahnung. Hat das einfach auf den Block runtergefallen und dann Leertaste gedrückt. Einfach so und dann Leertaste. Also einfach hier so und dann jetzt Leertaste drücken. Und das hat einfach nicht geklappt. Ey, was ist das? Mann! Ja, nein. Warum fahre ich dann immer runter? Was ist das denn? Ich mach gar nichts. Ich fahre trotzdem runter. Ich drücke einfach Shift gleich, okay? Einfach nur Shift drücken. Ich hab nur Shift gedrückt und ich fahre trotzdem runter. Und fahre einfach an die Leiter. Ha! Ich bin oben! Ich bin oben! Ich bin oben! Oh mein Gott! Und ich hab eine Belohnung bekommen. Hallo, ich hab Kettenboots bekommen, ja? Und jetzt kann ich hier ins Wasser springen. Das ist geil. Das finde jeder geil. Okay, dann... Irgendwie... Ja, ich habe es! Nein! 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 Oh! So, ich will jetzt nicht mehr verkacken. Ich will jetzt... Ach! So! Und ja, Checkpoint! Ja! Nein! Ich will ja an der Leiter gefehlt. Jetzt bin ich hier auf den schönen... Dingern da zurück. Ich muss jetzt nur noch hier rüber springen. So, das ist easy. Das kann ich. Nein! Das kann ich nicht, weil ich doof bin. Ich scheitere gerade nur an dieser blöden Leiter, ne? Hebs! Und hebs! Und hebs! Nein! Ich schaffe den Sprung auf das andere Eisen nicht! Komm schon! Jetzt schaffe ich den Sprung schon nicht mehr. Ich bin der gerade nur ein Profi, wie man hier sieht. Hebs! So, dann... Ich klicke mich hier drauf und dann... Ey, der Sprung! Der ist unmöglich! Hallo! Ich scheitere gerade auch immer noch an dieser blöden Leiter. Ihr müsst jetzt mal was machen. Und zwar müsst ihr euch einfach beschweren, dass diese Sprung nicht für Schweine... Äh... ...gut sind, weil... Du schaffst das Schweine einfach nicht. Und auch nicht für Endermans. So, Endermans und Schweine können das aber nicht schaffen. Oh, ich kann mich eigentlich wegteleportieren. Deshalb... Oh! Das geht nicht! Das funktioniert nicht! Lukas, mach was! Das geht einfach nicht. Ja, ich häng hier noch an dieser komischen Leiter fest. Komm schon. Ich glaube, den Stand muss ich einfach machen. Ich hab da irgendwie einen falschen Antwort für. Ich hab's langsam. Satt. Okay, einer ist noch irgendwie im ersten Level. Juckt mich nicht. Ich schaff das jetzt. So. Da ich mal in der 5-Mode versucht, funktioniert nicht. Dann einfach jetzt in die Kohle. Dann einfach hier. Den drücken, schafft man nicht. Schafft man den hier. Das ist ein 1, 2, 3, 4, 5. Wie hast du das an der Leiter da gemacht? Ja. Einfach schrift. Keine Ahnung. Wann hat's geklappt? So. Und jetzt einfach. Ja, ich hab den Sprung geschafft. Lukas, sei stolz auf mich. Ja. So. Ich weiß jetzt irgendwie runter. Hoffentlich nicht. Sag das nicht, man. Sonst passiert das immer. So. Jetzt habe ich hier eine Fehler. Ist auch schön. Okay, muss ich hier... Nein, jetzt hab ich Angst. Nein! So. Ey, das ist nicht mehr falsch. Ja, Checkpoint! Ja! Scheiße. Nein! Ah, fuck! So. So. Komm schon so. So. Und. So. Nice. Dann hier rüber. Nein! Warum? Warum macht man das mit mir? So. Dann hebs. Was? Ich schaff's nicht auf den Sound zu springen. Wie soll ich da bitte drauf springen? So. Okay. Eine Kiste nähen. Bäm, 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 bäm. Da ist die Kiste. So. Dann. Ganz nach hinten. Nein! Dann. Oh. Jetzt muss ich auch noch auf die Kiste springen. Ich schaffe ich das nicht mehr. Jetzt springe ich sogar zu weit. Ey! Jetzt springe ich zu kurz. Okay. Geht eh los. Fegler. Ja. Ich hab drei Bögen. Hoffentlich kämpfe ich dann gegen dich. Hä? Wo bin ich denn hier? Achso. Was muss ich jetzt hier machen? Einfach Leute töten? Ja. Und du hast drei Leben. Geil. Geil. Ah, ne. Peace, peace. Wann? Ich hab nichts. Entschuldigung. Das Team ist hier nicht erlaubt. Nein, eigentlich schon noch. Keine Ahnung. Ich weiß noch, ob ihr Team erlaubt ist. So, ich muss abstauben. Ich wusste nicht, wer du bist. Du sahst aus wie so ein Loop. Und dann dachte ich immer. Peace, peace. Peace, 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 peace. Peace, nerd, peace, nerd. Komm hier hinten in meine Ecke. Na du. Ich hab mich verarscht. Wie viele Herzen hat er denn? Wie viele Leben. Ja. Come on. Come on. Come on, Jesse. Ja, ich werde hier nicht so gut gehittet. Nice. Ding gleich schon mitgetötet. Dann geh ich mal hinten. Nein, wir müssen Luca töten. Der hat drei Leben. Oh, dieser Luca. War nicht besseres Schwert. Nee, hab ich nicht. Hast du das gesorgt noch? Nee, auch nicht. Stopp! Ist einfach runtergefallen. Aber ich geh mal hier weiter. Nach oben. Nein. Mann, Lukas. Lass auf den! Lass erst auf den! Okay, komm. Dann die anderen hier auch. Die muss ich einfach mal dich töten. Der hat eine Axt. Das ist auch schön. Weiter so. Come on, crit. Schön. Dann renne ich hier nochmal weg. Ein bisschen essen. Dann muss er eine Ausrüstung snacken. So, das bricht jetzt nicht mal. Äh, so. Äh, dieser Luca hat noch drei Leben, ne? Ich weiß. Soll er drei Leben haben. Äh. Oh, die fighten, die fighten. Ja, cool. Und Luca hat gewonnen. Ah, Luca. Kleiner Boy. Na, der übe. Oh, hat der eine Ausrüstung, alter. Besser als wieder jeder andere. Komm. Und einen anderen hat er auch. Schön zum PvP-Gott. Komm mit, erst mal Luca. Äh, der zieht dann... Ah, nee, der nicht. Komm, Luca. Verfolge mich. Bis hinter mir? Ach, willst du nicht? Das ist auch. Finde ich gut. Mensch, Luca. Komm, ja. Hier in den schmalen Gang rein. Komm, komm, komm. Schön. Komm. Ja, dann anhebt ihr. Bei sowas nicht. Dann anhebt ihr einfach nicht. Nee. So, jetzt komm hier rein. Ja. Ja. Erstmal regenerieren. Dann, äh, Sneaky Bicky. Wie hieß Luca? Ich ghoste was. Komm von da. So, der kommt... Äh... Der läuft dann nicht vorbei. Ein bisschen regenerieren. Nicht ghosten. Ich möchte selber gegen den spielen. Ich mag den Typen. So, jetzt kommt er da hinten gleich raus. Dann kann ich gleich hier gegen ihn kämpfen. Nehmen wir das so. Und dann, äh... Na, Werner, alles fit bei dir? Oh, jetzt hat er hier so Angel Master PvP am Start. Mal wieder. Okay. Ja, das... Jetzt werde ich einmal getötet. Habe ich noch einen Leben. Ja, jetzt. Äh, aber ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen gut gehittet. Gerade. Ja, der müsste ziemlich los sein, ne? Äh... Hey, die ist ja angespielt. Hab ihn. Wo ist er jetzt? Da hinten. Gut. Dann regeneriere ich erstmal und laufe hier hinten rein. Und dann werde ich mich auf den letzten gescheiten Kampf gegen ihn vorbereiten. Hey. Hm. Das wird knapp. Ah, noch kurz was essen. Okay, er kommt gleich. Dann renne ich mich gleich hier hinten hin. Und dann, äh, wird gekämpft. Ah... Ah, schau doch. CG. Egal, das war so in der Runde Milligame Jump League. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich jetzt hier nicht gewonnen habe. Aber egal. Auf jeden Fall war es das jetzt hier von der Runde. Und dann würde ich sagen, tschau rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und... Ciao. Und... Ciao. 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 Ciao.